Hallo, die Easy Clean Queen hier. Siehst du den Fliegentrick an meinem Monitor? Die kleinen Pünktchen hier. Kratze ich mal dran. Das ist Fliegenschiss. Die ganze Reihe hier voll. Komischerweise nur am rechten Rand meines Bildschirms. Keine Ahnung, was da so lecker ist für die Fliegen. Ich nehme jetzt das Fenstertuch und das habe ich nur ein bisschen nass gemacht. Der Rest ist trocken. Nur so an so einem Zipfelchen. Und das muss gar nicht so glatschnass sein, also nur so ein bisschen. Und dann kriege ich mit dem Fenstertuch ganz einfach den Fliegentrick hier weg von meinem Monitor. Ganz easy peasy. Und nur mit Wasser. Da sind noch zwei Pünktchen. So, da oben noch. Da ist noch einer. Also. So, die Pünktchen gehören zu meinem Windows. Sauber. Ganz einfach. Nur das Fenstertuch und nur ein bisschen die Ecke mit Wasser gedrängt. Alles klar? Danke fürs Zugucken. Setz mir ein Like. Da freue ich mich. Ciao.